Das ist jetzt hier Kummerow. Kummerower See. Was machen wir? Lass uns einfach mal rechts abbiegen, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt kommen wir gleich wieder raus, das bringt ja nichts. Nach ist ja schön. Da hinten ist auch eine Kirche. Kummerow. Ich hab mal einmal diesen Film gesehen von den Kindern aus Kummerow. Ich weiß wohl nicht genau wie der Titel hieß, aber ihr werdet das wohl wissen. Die werden wohl schon langsam erwachsen sein. Heute ist der 15. November 2012. Hier gibt's Pferde-Lebhaber. Hallo. Wollen wir jetzt aber nicht zeigen. Was ist da denn noch? Da war die Feuerwehr mit einem kleinen Schlauchturm oder sowas. Gehe ich mal von aus. Da kann man auch noch rein, wenn man muss oder will. Ja, Feuerwehr. Da können sich eine Schläuche da hoch trocknen. Ganz schlaue Angelegenheit. Das geht das nämlich nicht. Hier ist Kummerow. Da hinten ist auch der See. Und irgendwo ein Häuschen da. Und linksseitig irgendwelche Sozialhäuser. Da muss auch immerher dabei sein. Rechtsseitig wieder irgendwie verfallenes, neuerliches Gebäude. Kummerow. Gigantisch. Und linksseitig dann wieder noch ein Allerdings bunt angemaltes Sozialhäuschen. Hier auch mal reinleuchten. Oh ja. Das ist... Bisschen kurz reingeleuchtet leider. Das bleibt. Yeah. Hier alle an Ferienhäuser noch. Toiletten sogar. Ja. Mal sehen, wo wir denn hier hinkommen. Vielleicht doch auch nochmal zurückfahren. Pech haben. Und das sieht auch so aus. Das machen wir denn da hinten. Das geht welch ab. Ja. Egal. Einmal runter da. Kann nicht schaden. Wenn wir schon mal in Kummerow sind. Aber da müssen wir jetzt sehen, wie das wir wenden können. Das machen wir hier. Nichts Problem. Hier kommt nichts mehr. Wir fahren erst mal gleich zurück. Aufstellen. Und tschüss. Und schon gehts wieder zurück. Feldweg hier. Kummerow. Das sieht so aus. Schauen wir uns die Rückseite an sich nochmal an. Ja. Hier alles ein bisschen unbewirtschaftet. So sieht mir das aus. Das ist auf jeden Fall genug hier. So. Tolle Bäume. Und sagen. Noch so eine Schuppen da. Das hat aber neu gemacht vorne. Das sieht gut aus. Hier wie ein Dungeon. Alles in Kummerow. Nichts gehts im See. Hier hat er auch schon so Lagen. Aus China wahrscheinlich. Und irgendwo ist noch das Schloss. Da müssen wir mal gucken. Wie ist das so, dass wir passen. Oder in das Gebäude. Wahrscheinlich hier. Da ist es ja. Diesmal mal genau drauf zielen. Sieht ziemlich unbewohnt aus. Vielleicht ist es noch zu haben. Da habe ich ihn mal runtergehalten. Entschuldigung. Was blende ich denn aus? Die fahren wir erstmal links. Kummerow. Da hinten haben sie mit Treppis drin. Das ist auch alles noch gewohnt. Also auch wenn es nicht so aussieht. Da hängen noch Wäsche auf der Leine. Hier. Die Kolchhose oder so. Softenhose. Wie hatten wir das immer genannt. Da ist sogar noch Licht drin. Das ist alles Kummerow. Ich denke mal. Was machen wir? Wir fangen gerade aus. Ja. Jetzt muss ich weiter gehen. Und tschüss.